Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger. Und vor ziemlich genau zwei Jahren, nämlich am 15. Dezember 2021, haben Nemo Fila ihr Album Revive rausgebracht, auf dem das Lied Descension drauf ist. Und zu diesem Lied gibt es ein Video. Das Video ist jetzt natürlich dann auch dementsprechend zwei Jahre alt. Die neuen Nemo Fila Sachen habe ich ja schon drauf reagiert, finde da unter anderem hier oben im i. Aber wir schauen jetzt mal in das ältere Video rein. Ich kenne das Lied noch nicht. Vielleicht habe ich mal reingehört, aber das Video kenne ich auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt rein, wir hören da jetzt rein. Danach quatsche ich noch ein bisschen über die Band, über das Video und so weiter. Ich quatsche ein bisschen dazwischen. Ihr kennt das Ganze, los geht das. Die Dame sitzt da auf der Bank. Direkt knallend rein, sowas liebe ich. Geil. Demo Fila krachen ja sowieso immer sehr geil mit ihren Songs. Und das passt da 100% rein. Jetzt nicht zu dem neuen EP, aber ansonsten passt das. Dieser Mix aus Metal und Chor. Geil. Oh, geil. Ja. 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 Das ist kein Metal Chor, das ist nichts aus Heavy Metal Chor, würde ich sagen. Vielleicht ist es Metal Chor irgendwo, aber eigentlich nicht, ich find's geil. Der Text steht zum Glück da unten, den kann man mitlesen. Wenn man die Möf, wenn man Untertitel anmacht, auch wenn sie schreit. Du, I want to scream, move the fire to your best thing. You're the world we rocked and go hard, go hard. Boah, geil! Mega! Das gefällt mir! Das gefällt mir! Wie gefällt euch das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ah, geil. Ich sag die ganze Zeit, dass das geil ist. Das Lied ist mega. Die Sension zu Ende. Sehr, sehr, sehr geiler Song. Gefällt mir. Also muss ich sagen, beide Daumen hoch. Beide. Ja, wie gesagt, der Song ist jetzt zwei Jahre alt. Vom Album Revive. Da ist er drauf. Und macht mir halt ultra Spaß. Nemophila sowieso machen immer mega Spaß. Ich weiß gar nicht. Das ist kein Metalcore meiner Meinung nach. Das ist aber auch kein Heavy Metal. Auch kein Rock meiner Meinung nach. Vielleicht ist es Metalcore. Vielleicht liege ich da auch total falsch. Und die Band. Also hier bei, ähm, unter Metal Archive sind sie als Metalcore und Hardrock drin. Ich lass das mal so gelten. Passt so ein bisschen. Ähm. Haben ja jetzt auch ganz neu rausgebracht. Die, ähm, Nemophila Fourth Anniversary Rising Nemo. Auf Blu-Ray und DVD. Äh. Da zelebrieren sie ihre, ihr, ihr, ihr vierjähriges Band bestehen. Dann haben sie sie Initial Impulse rausgebracht. Eine EP von 2023. Auch zum gleichen, im gleichen Tag erschien. Wo sie, äh, ein paar Liedercovern habe ich ja auch schon drauf reagiert. Und ich sehe grad, die haben ein, äh, Single Enigma. Ausgebracht am 29. November. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja auch ein Video. Vielleicht reagiere ich da die Tage noch drauf. Mal schauen. Wie gefällt euch Nemophila? Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Bin ich sehr gespannt. Ansonsten würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und eine schöne Weihnachtszeit.